Moin Moin Freunde! Ihr seid mal wieder bei Typ Nils beim Nordsee Griller. Zusammen mit dem Nordsee Griller Lars. Ja, wir haben heute kein Kochvideo. Heute wollen wir einfach eine, ja, wie nennen wir das denn? Eine Rezeptreise durch das nächste Bundesländer. So heißt nämlich diese tolle Sache, wo wir dann teilnehmen. Wir sind gefragt worden, ob wir, ob ich oder wir an einem Projekt teilnehmen mit 16 Bundesländern und 16 Grillkanälen. Jeder Grillkanal wird in einer Auslosung mit einem Bundesland zugelost und muss dann ein lokales Gericht kochen aus dem Bundesland. Wer welches macht, weiß natürlich noch keiner. Das Ganze ist verbunden mit einem Gewinnspiel und ja, ich denke das wird lecker und zu gewinnen. Gewinne sind immer gut. Also teilnehmen und wie das alles funktioniert. Seht ihr? Ob das klappt? Natürlich klappt das. Seht ihr? Nach dem Intro. Genau. Musik Wir haben uns heute hier mal versammelt. ein neues Projekt vorzustellen. Nicht nur von uns oder von mir, sondern wir sind 16 Barbecue-Kanäle aus ganz Deutschland, aus allen Bundesländern oder fast allen Bundesländern. Und dieses Projekt heißt Rezeptreise durch 16 Bundesländer. Und wir haben uns zusammen gefunden und wir wollen aus jedem Bundesland ein Gericht machen, kochen, grillen. Das Ganze wird dann ausgelost, also jeder Grillkanal wird einem Bundesland zugelost und der muss dann aus dem Bundesland ein Gericht machen. Genau, das wird ausgelost. Wir sind mehrere Kanäle aus Niedersachsen, wir sind mehrere Kanäle aus Hessen und wir haben halt nicht aus jedem Bundesland ein. Dann wird das ausgelost und dann macht jeder Kanal ein Bundesland. Ja, das wird schon recht lustig werden. In der Videobeschreibung steht nachher auch alles drin, wer komplett dabei ist, wie das funktioniert. Es gibt noch ein Gewinnspiel, da könnt ihr nachher dran teilnehmen. Richtig gut, richtig toll. Ich glaube, das wird schon. Genau, und die Rezeptauslosung ist am 18.11. kommt das Video raus. Bei Fifi Bill & Cooking auf seinem YouTube-Kanal. Merkt euch alles nachher auch in der Videobeschreibung, die Teilnahmebedingungen. Da schalten wir alles nochmal rein. Genau, die Preise, die es zu gewinnen gibt. Und die Preise, wann und wo. Ja, der Einsendeschluss für das ganze Gewinnspiel ist der 16.12. Also, wir haben ja 16 Bundesländer, 16 Griller oder Grillkanäle. Und jeder Grillkanal bringt ein Video zu einem Bundesland raus, das, wie gesagt, ja noch ausgelost wird, das Bundesland zum Grillkanal. Genau, nicht sein Bundesland, sondern ein Bundesland. Und in jedem Video versteckt sich ein Lösungswort für einen Lösungssatz. Wenn ihr alle Videos guckt, ist am Ende, habt ihr den Lösungssatz. Und damit könnt ihr dann Preise gewinnen. Ja, sehr geile Preise. Ja. Die Gewinnverlosung ist am 17.12. Das wird ein Livestream bei Stefan, René und Fifi auf dem Kanälen. Stefans Grillecke, René von R&K BBQ und Fifi's Grill & Cooking YouTube-Kanal. Genau. Alles YouTube-Kanäle. Das ist auch alles nochmal in der Videobeschreibung genau aufgelistet. Es gibt zum Beispiel zu gewinnen. Der erste Preis ist von Santos, ein S418 Limited Edition. Okay. Ein schöner Grill. Der zweite Preis ist eine Feuertonne von Big J Seasoning. Zur Feuertonne gehört der Feuerkorb, die Feuerplatte, ein Feuerhaken, Gewürze und Soßen im Wert von über 500 Euro. Wow. Ja. Der dritte Preis ist Motec Gewürzset von der kleine Bergmann. Und ja. Hab ich auch gerade Gewürz hier und das ist echt cool. Also es lohnt sich. Und mitmachen lohnt sich auf alle Fälle. So, die Ausstrahlung der Videos findet zwischen dem 25.11. und dem 10.12.23 statt. Also in der Zeit gehen die 16 Grillkanäle mit ihren Videos online. Jeden Tag eins. Genau. Und da müsst ihr aufpassen und euch jeweils das Lösungswort merken, damit ihr nachher den Lösungssatz zusammenkommt. Die Gewinnziehung, wie gesagt, ist am 17.12. Live auf YouTube. Haben wir schon gesagt. Steffens Grilleckel für das Willen Cooking. Und ihr schickt das Lösungswort an. Rezeptreise16.bundesländer.yahoo.de Schreiben wir aber auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Genau. Dann könnt ihr das nachlesen und habt genaue Adresse. Ja. Folgende Grillkanäle nehmen teil. Ja. Als erstes wäre da Stefan von Stefans Grillecke. Dann haben wir R&K Barbecue. Die Frau am Grill. Dann haben wir den Hobbyschmied. Der Hesse JJ. Und der Norsi Griller. Oh, lass uns jetzt. Dann haben wir noch den netten Ole von Watten Barbecue. Dann haben wir Novis Genießerstübchen. Der Sebastian. SSF Sönke und Sascha. SSF Barbecue. Heikus Hot & Grill Barbecue. Oh, cool. Dann haben wir Barbecue Tina. Crazy Cooking Queen ist auch dabei. Der Gerrit, der Grillcoach. Besser Mann auch dabei. Und noch ein toller Kochkanal. Ja, sie kocht. Und zum Schluss haben wir natürlich noch Fifi's Grill & Cooking. Der das Ganze auch mehr oder weniger sich einfacher macht. Von Fifi ist die Idee. Von Fifi ist die Idee. Und er hat Stefan und René mit ins Boot geholt. Damit das für ihn ein bisschen einfacher wird. Und für uns alle auch. Wir haben ja auch Ansprechpartner, wenn wir was wissen wollen. Das ist schon sehr gut. Ja, Freunde. Alles Weitere, was ihr noch wissen müsst. Und die Kanäle vermerken wir nochmal unten in der Videobeschreibung. Das wird mal eine richtig große Videobeschreibung. Sagt gespannt. Es gibt 16 tolle Videos. 16 tolle Gerichte. Ja. Wir dürfen ja leider nicht sagen, was wir machen werden. Wir wissen es ja auch erst genau in der Erziehung. Ja. Cut. Alles klar. Das kannst du nicht sagen. Wieso? Weil wir noch nicht gezogen sind. Wir wissen das auch gar nicht. Ja, das will ich sagen ja. Wir wissen natürlich noch nicht, was wir machen sollen. Nein. Das Bundesland wird ziehen. Wie gesagt, die Ziehung ist am 17. Und ich drücke die Daumen für Bayern. Ich habe Bock auf Feinebraten und Knödel. Ich drücke für Schleswig-Holstein. Ich bin nämlich Norddeutscher. Auf Norderfischdecke. Vielleicht. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, es gibt 16 tolle Videos. 16 tolle Grillkanäle. Und ein tolles Kippenspiel. Ja. Wie gesagt, heute kaufen wir mal nicht. Heute einfach nur ein kleines Promo-Video. Freunde, wir sind raus. Ciao. Ciao.